Und jetzt kommen wir zu dem größten Star Wars Update, das wir in Vorder bekommen. Der Star Wars Tag, der 4. Mai, kommt wieder auf uns zu, ne, May the 4th. Also möge die Macht mit euch sein, das Wortspiel und so weiter. Dazu gibt es ja einen speziellen Star Wars Tag und in Vorderen kam der immer raus. Neben den ganzen Star Wars Skins, es soll anscheinend jetzt zwei neue Bundles geben, ne, für zwei neue Skins und so weiter. Und vielleicht ja wieder was Richtung Mandalorian, die läuft ja gerade so ein bisschen die Serie, ne, die Staffel 3. Weil, äh, Ahsoka kommt ja, oder, ach, Ahsoka, Ahsoka, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, steinig mich nicht. Ähm, kriegt ja auch eine neue Serie, ne. Also sehr beliebter Charakter im Star Wars Universum, sehr, sehr beliebt sogar. Und die kriegt endlich mal eine neue Serie. Steht ja aber trotzdem auf der Favoritenliste gerade, dass sie einen Skin bekommt. Ist gerade echt schwer zu sagen. Ein anderer Favorit, der aber reinkommen könnte, ist tatsächlich Kalle, ne, aus Star Wars Jedi Fallen Order. Oder Jedi Survivor, das kriegt ja sein neues Game jetzt in...